Wir freuen uns, dass wir dieses Ergebnis auch in den letzten Jahren... Rostock feiert! Für vier Tage ist die Hansesail maritimes Zentrum der Welt und sorgt gemeinsam mit vielen internationalen Gästen für ein Event der Superlative, die 27. Hansesail. Schon am ersten Sailtag kamen tausende Besucher, um die 190 Schiffe aus 12 Nationen zu bestaunen. Auf diesem Schiff, da sind noch Plätze frei, für heute Nachmittag Plätze frei. Die Kurzentschlossenen können jetzt hier kommen und jubeln. Die Gelegenheit einmal mit zu segeln, viele ließen sich das schon vor der offiziellen Eröffnung nicht entgehen. Hiermit erkläre ich die 27. Hansesail 2017 für eröffnet. Am Donnerstagabend dann verfolgten Hunderte, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Rostocks Oberbürgermeister Roland Medling den offiziellen Startschuss gaben. Doch die positive Stimmung auf dem größten maritimen Volksfest in Mecklenburg-Vorpommern war in diesem Jahr ein wenig getrübt, zumindest bei den deutschen Sail-Teilnehmern. Viele Eigner und Betreiber von Traditionsschiffen sind beunruhigt, denn die geplanten Neuregelungen des Bundes zur Erhöhung der Sicherheitsstandards könnten für einige von ihnen das ausbedeuten. Mit einem symbolischen Rettungsring bat der Vorsitzende des Deutschen Dachverbandes für Traditionsschiffe, Jan Matthias Westermann, die Ministerpräsidentin um Unterstützung. Wir bemängeln vor allen Dingen den ganzen Umgang mit der Ausbildung der ehrenamtlichen Crews, dass diese Crews gemäß gewerblichen Vorschriften sich qualifizieren müssen und zwar jedes Jahr wieder qualifizieren müssen durch Gesundheitszeugnisse, Seetauglichkeitszeugnisse und weitere Vorschriften. Wir wollen, dass das angepasst wird zumindest an die Qualifikation für Fernkraftfahrer. Die müssen wesentlich weniger Vorschriften durchlaufen und denn diese Vorschriften bedeuten, man muss zum Arzt gehen, man muss dort teilweise 24 Stunden Test machen und ähnliche Dinge. Im Einzelnen kann ich das jetzt nicht genau sagen, aber ich weiß, dass der Aufwand und die Kosten auch in dem Zusammenhang enorm sind und das führt einfach dazu, dass viele sagen, dann lasse ich das, der Aufwand ist mir einfach zu groß, auch der finanzielle Aufwand. Die neuen Vorschriften, die eigentlich die Traditionsschifffahrt erhalten sollten, würden das Gegenteil bewirken und die Existenz des maritimen Kulturguts gefährden. Doch auf der Sale wurden auch andere Stimmen laut, vor allem von Seiten der Berufsschifffahrer. Wenn man mit 28 oder mit 30 oder mit 50 Leuten durch die Gegend fährt, dann finde ich, dass man die Verantwortung haben sollte und da dann auch wirklich qualifiziertes Personal einsetzen muss. Viele von denen haben das, aber eben nicht alle. Viele fahren eben auch mit diesem Sporthochstischschifferschein. Viele Sachen sind Unsinn. Ein Schott für ein Holzschiff macht wenig Sinn. Aber es sind eben auch viele Dinge dabei, die meiner Meinung wirklich Sinn machen. Über den Sinn und Unsinn der Regelungen gibt es noch viel Diskussionsbedarf. Das sieht auch Hanse-Sail-Chef Holger Belga zu. Natürlich geht Sicherheit vor, aber auf der anderen Seite muss der Ehrenamtler auch Lust behalten, sich um dieses Stück maritimes Erbe zu kümmern. Also da ist erheblicher Diskussionsbedarf zwischen dem Gesetzgeber und den Eignern der Schiffe. Die Besatzung der Nordlys nimmt die Diskussion um die Sicherheitsvorschriften gelassen. Die neuen Reglementierungen spielen für sie keine Rolle. Das niederländische Frachtschiff hat die Hanse-Sail besucht, um hier Werbung für die wohl umweltfreundlichste Art des internationalen Warenaustausches zu machen. Das 1873 gebaute Schiff befördert wie zu Kolumbus-Zeiten allein mit Windkraft, Wein, Olivenöl, Kakao und viele andere Bioprodukte quer durch Europa und in die Karibik. In den Rostocker Stadthafen kam die Crew mit Bio-Wein aus Frankreich für die Weinhandlung Schollenberger. Dass sich der leidenschaftliche Einsatz für diese Art der Frachtbeförderung lohnt, davon ist der Kapitän überzeugt. Es rendiert sich immer, weil es ist gut für die Welt. Wir sind angefangen mit vielen Freiwilligen. Mittlerweile kann die ganze Besatzung, die Stammbesatzung wird sogar bezahlt. Und das läuft echt gut. Auch in Holland arbeiten Leute auf unserem Kantor. Die kriegen mittlerweile auch bezahlt. Nach sieben Jahren fängt es richtig an zu laufen. Mehr und mehr Geschäfte möchten gerne die Waren transportiert haben unter Segel eigentlich. Es kommt mehr und mehr Bio-Industrie und Bioprodukte. Das muss auch mal biotransportiert werden. Die Nord-Luis ist das einzige Segelschiff auf der Sail, das ganz ohne Hilfsmotor auskommt. Zwei Wochen lang war es diesmal von Le Havre aus unterwegs. Doch es kann durchaus auch einmal länger dauern. Wenn kein Wind ist, dann geht da nichts. Und dann kriegt man auch zur Antwort, wir wissen nicht genau, wann wir in den Hafen kommen und wann beladen werden kann. Wenn wir da sind und der Wind ist günstig, dann sind wir da. Da gibt es halt ein Zeitfenster und das wird dann halt ausgedehnt. Und das ist manchmal ein bisschen, wie gesagt, so nervend, aber auf der anderen Seite total entschleunigend und dann auch irgendwie auch schön. Weil man dann halt auch merkt, es ging ja früher auch so. Die Hanse-Sail. Vor allem ist sie Plattform, um Wege zu diskutieren, wie man das maritime Kulturerbe erhalten kann. Dass das unbedingt bewahrt werden sollte, zeigen die jährlich rund eine Million Besucher und Mitsegler. Im kommenden Jahr, zum 800. Stadtgeburtstag, werden noch mehr Gäste erwartet. Dann stehen gleich zwei große Events an, der internationale Hanse-Tag im Juni und die 28. Hanse-Sail vom 9. bis zum 12. August.